Jetzt... Ernsthaft? Das war's? Okay... So, sonst kann ich hier nichts tun. Gehen wir mal an das... Nicht-Bike... An das geheime Schloss. Setzen es ein. Und gehen hinein. Ich werde nicht dort hinunter gehen. Es ist zu dunkel, um irgendwas zu sehen... Äh, erkennen. Du hast doch eine Flasche. Naja, Gott... Ähm... Alles klar... Wir haben eine zerbrochene Flasche... Okay, damit können wir vielleicht hier... Okay... Hätte ja sein können... Hier muss ich ölen... Ich wollte gerade sagen... Ein Brot... Ja, hier gibt's ja sonst nichts... Jetzt kombiniert, dass ich damit den Busch zurück trimme... Okay... Ich wollte schon sagen... So... Jetzt stehen wir aber wieder... Am... Am Punkt... Was sollen wir machen... Hier ist nichts... Ja... Ach komm... So... Was ist das? Isolierband... Was soll ich mit Isolierband? Kann man was bauen oder was? Kann man irgendwie Sachen hier kombinieren oder... Ja... Ich brauch's wahrscheinlich für den Schlauch dann... Hilfe... Schon mal... In die Hand gestochen... Obst... Nein... Das wollte ich nicht... Vielleicht gibt's ja hier ein Wimmelbild... Komm mal her... Du... Jetzt kriegst du... Das Schlimme ist hier... Selbst hier... Könnten ja Sachen sein... Die ich... Irgendwo verwenden kann... Mojo... Ah... Ich kann dem Betrunkenen bestimmt... Das Brot geben... Damit er wieder fit wird... Komm... Ismo... Ey... Auf einmal liegt da ne Stange... Das ist ne Verarsche... Soll ich 20 mal... Äh... Hin und her laufen... Bis ich dann mal was gefunden habe... Oder was... Was soll ich mit der Stange... Soll ich hier das Ding runter holen... Oder was... Nee... Ach komm... Jetzt soll ich doch nicht... Das und das verbinden... Kann man überhaupt was verbinden... Ich weiß es nicht... Guck mal... Achso... Okay... Muss ich das hier vielleicht... Ab... Ab... Also da schrauben sie es ja... Auf jeden Fall... Ist da steht da Öl... Ach man... Warte mal... Die Birne da... Okay... Ich brauche auf jeden Fall Öl... Öl 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 Öl... Wo bekomme ich Öl her... Hä... Was ist das... Ich kann da nicht... Hinaufklettern... Ich muss eine Leiter finden... Achso... Die Leiter hier... Jo... So hoch ist die jetzt auch nicht... Kann ich die hier hinlegen... Oder so... Ich bin ein bisschen... Überfahrt... Ich soll zurück... Und jetzt... Was soll ich denn hier machen... Ach komm... Ey... Was soll ich damit... Was soll ich denn damit... Aber die Maus oder was? Hä? Ich habe jetzt verrottetes Holz. Soll ich eine Kneipenschlägerei anfangen? Ja, was soll ich denn? Ich habe doch... Och, was soll denn das? Auf einmal liegt da ein Griff. Ich verstehe es nicht, ey. Ich verstehe es nicht. Och. Okay. Und der hat natürlich nichts gesehen. Und sagt einfach nur, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Finger sind nicht stark genug, um diesen Nagel ohne Werkzeug herauszuziehen. Hm. 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 Moin. Ah, das hat er mitgenommen. Erstmal alles mitgenommen, einfach. Eine Handtasche. Was? Moin. Der Schlüssel zum Zimmer 19 ist im Schloss abgebrochen. Na und? Sie haben ihn abgebrochen. Sie haben ihn abgebrochen. Dann reparieren Sie es auch wieder. Oder bezahlen Sie mich dafür, wenn ich es für Sie repariere. Ja. Womit bezahlen willst du eine Scheibe Brot? Oh mein Gott. Nur für Mitarbeiter. Wenn man solche Sachen bekommt, dann ist es ja auch so ein bisschen logisch, was ich als nächstes tun soll und so weiter und so fort. Aber äh. Oh, Entschuldigung. So, sonst gibt es hier nichts. Äh, schauen wir mal. Wo war denn jetzt dieser Zettel? Den kennen wir mal. Schau in die Post. Na ja. Wir haben einen Schraubenzieher. Dreht nach rechts, so dreht man normalerweise Schrauben zu. Alles klar. Okay, ich muss die Hebel in eine bestimmte Reihenfolge umlegen, um den Strom einzuschalten. Ich bin überfordert. ganz schlimm überfordert. Okay, jetzt geht das Licht. Zack. Und ab nach da unten. Und hin. Ein Wimmelbild. Hey. Was haben wir hier? Eine Maus. Eine Leiter. Ich muss es reparieren. Teleskop. Wo kommt das Teleskop? Okay. Ich brauche diese Leiter. Aber leider ist sie kaputt. Jo. Alles klar. Ich glaube, dass der Sack Stroh enthält. Okay. Wie komme ich an etwas davon heran? Ja, indem du den Sack aufmachst du blöde Kucku alter. Nee. Muss man natürlich so aufschneiden. So ein Scheißdreck. Vollidiot. Eine spezielle Kombination. Ich kenne die Kombination nicht. zu raten wäre reine Zeitverschwendung. Adler. Motor. Rennöl. Gartenschere. Ein Adler. Ah. Das war ja sogar. Hä? Ah. Muss ich mehr. Nee. Schon gut. Alles gut. Motorrennöl. Wo ist hier Motorrennöl? Äh. Das da? Nein. Ach. Lo. Uhr. Kleiderbügel. Ja, da muss man ganz genau hinklicken. Eine Bürste, ein Saxophon und Taschenlampe. Eine Bürste. So. Kappe. Handa. Handabdruck. So. Äh. Zielscheibe. Handabdruck. Also wenn man sowas macht, wenn man müde ist, dann kann man das echt ein bisschen vergessen. Eine Kappe. Zielscheibe. Wo ist eine Zielscheibe? Ich kriege eine Gartenschere. Schere. Herzlichen Dank. Jetzt kann ich endlich den Busch hier trimmen. Wissen, das ist eine Astschere. Ich rühre den Rucksack nicht an, bevor diese Spinne weg ist. Die haben sie doch nicht mehr alle. Ja, hier. Oh. Hier. Ich krieg mal zu viel. Sind sie ein Mitglied im Jagdclub? Wenn ja, dann. Oh. Ich soll räuchern. Hä? Einfach mal kurz reingegangen. Ein Schiff. Ein Hammer. Ein Krug. Ein Krug. Ein, 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 ein Schiff. Und ein Hammer. Schutzbrille. Haken. Krabbe. Eine Schutzbrille. Eine Krabbe. Eine Krabbe. Eine Schutzbrille. Eine Krabbe. Wahrscheinlich ist das eine Schutzbrille. Eine Taucherbrille. Eine Taucherbrille. Eine Taucherbrille. Und ein Haken. Ein einziger Haken. Okay, ich wollte schon sagen. Ich sehe keinen Haken. Drahtrolle. Schwimmflosse. Handglocke. Eine Drahtrolle. Wo ist hier eine Drahtrolle? Kapitän Hook. Okay. Haken. Sanduhr. Die habe ich auch irgendwo gesehen. Wo war die Sanduhr? Da. Eine Karte. Drahtrolle. Und ein Haken. Eine Drahtrolle. Und ein Haken. Eine Drahtrolle. Wow. Ich habe einen Hammer. Mojo. Ja. Hier ist nasses Holz. Hier ist Stroh. Und hier ist ein Streichhölzer. Ich schwöre. Alles klar, Fridolin. Teleskop. Ich habe einen Hammer. Ach, da fehlt noch ein Brett. Ja, das kenne ich. Man kann ja nicht einfach einen großen Schritt machen. Meine Güte. Handschuhe, Mikrofongürtel. Gürtel. Ach, da. Ein Seil. Spielkarten. Halstuch. Spielkarten. Ein Halstuch. Entweder das oder das. Na, das. Und ein Seil. Stiefelkamm. Maßband. Ein Maßband. Schrauben. Ja, ich sehe keins. Handtasche. Schrauben. Schrauben, Schlüssel und Rufeisen. Maßband. Maßband. Wo ist das Maßband? Schrauben. Ach jo. Juuu. Ich besitze jetzt Handschuhe. Für wo brauchte ich die? Wenn ich die jetzt für hier benutze, dann wäre das total behindert. Alles klar. Danke dafür. Ach komm. Ach komm her, uff ey. Schön noch was. Nähe, ich gas parties zusammen. Ach komm her. Ich zeige ihn. Mittag. Sie drehen. Ich habe nicht mehr, als sie ges Bead慣 für den Wert. ja mit dir will doch keiner schwätze so ich würde sagen an dieser stelle lassen wir es für heute gut sein sonst ist das nämlich auch zu lange wir haben ein bisschen was wir brauchen noch zwei nägel aber das alles im nächsten video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten video leute